Viele von euch nutzen ja automatisierte Sparpläne zum Bitcoin-Kauf. Doch hier gibt es genau eine große Gefahr. Denn es könnte sein, dass ihr in Zukunft, wenn ihr eure Satoshis oder eben Bitcoin transferieren möchtet, sehr hohe Transaktionsgebühren zahlen müsst. Und in diesem Video zeige ich euch heute, wie so das sein kann und wie ihr das Ganze nämlich verhindern könnt, indem ihr UTXO-Management in der Sparrow Wallet betreibt. Hi, mein Name ist Jonas und in unserem Podcast empfehlen wir euch ja schon seit langem, einen regelmäßigen Sparplan aufzusetzen, mit dem ihr dann eben monatlich oder auch quartalsweise Bitcoin kaufen könnt. Doch dadurch kann es leider in Zukunft zu einem großen, beziehungsweise besser gesagt zu einem sehr teuren Problem kommen, denn ihr sammelt ja relativ viele kleine Eingänge in eurem Wallet. Und das kann dazu führen, dass wenn ihr später diese transferieren möchtet auf ein anderes Wallet, dass das Ganze ziemlich teuer werden kann. Und genau heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das verhindern könnt. Ich kann euch vorher schon mal empfehlen, dass ihr unsere dazugehörige Podcast-Folge anschaut, beziehungsweise anhört. In der haben wir nochmal wirklich ganz detailliert erklärt, worum es sich denn bei diesem UTXO-Management, wie ich es nachher nochmal ganz kurz erklären werde, handelt und wie viele Gebühren ihr denn dadurch wirklich sparen könnt. Weil das kann wirklich eine Menge sein. Deswegen habe ich euch das Ganze in der Videobeschreibung verlinkt und ich kann euch empfehlen, wenn ihr noch gar keine Ahnung von diesem UTXO-Management habt, dass ihr euch vorher nochmal diese Podcast-Folge anhört, beziehungsweise anseht, bevor ihr dann mit dieser Anleitung hier weitermacht. Ansonsten natürlich wie immer noch der Hinweis, dass ich auch euch in diesem Video wieder die Kapitelmarken hier unten gesetzt habe. Das heißt, ihr könnt zwischen den einzelnen Abschnitten hin und her springen oder zum Beispiel nochmal den Abschnitt nochmals anschauen, wenn ihr es nicht ganz verstanden habt. Aber jetzt zu Beginn, lasst uns erstmal ganz kurz eine Übersicht machen, was denn dieses UTXO-Management ist und vor allem auch damit drei Fragen beginnen. Warum sollte man dieses UTXO-Management betreiben? Was passiert dabei genau? Und vor allem, wann sollte man dies tun? Beginnen wir aber nun mal mit der Frage, warum man das sogenannte UTXO-Management bei Bitcoin beziehungsweise eine Konsolidierung, so nennt man das Ganze auch, durchführen sollte? Und vor allem, jetzt ganz wichtig, was bedeuten diese Begriffe überhaupt? Ich möchte dabei mit einer Analogie aus der realen Welt beginnen. Ich glaube, dadurch ist Bitcoin häufiger etwas einfacher zu verstehen. Stellt euch einfach jetzt mal vor, wir haben zwei verschiedene Geldbeutel, klassische Geldbeutel, wie wir sie alle kennen, die jeweils einen Inhalt von 100 Euro haben. In dem einen Geldbeutel befinden sich die 100 Euro in Form von zwei 50 Euro Geldscheinen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, der Geldbeutel ist sehr leicht, man kann ziemlich einfach an der Kasse zahlen, weil ich einfach nur den einen oder beide Geldscheine rausziehen muss. Das heißt, es ist ziemlich einfach, relativ wenig Aufwand, ich kann es wunderbar in meine Hosentasche stecken, also ich habe da keinen großen Aufwand. Der andere Geldbeutel wiederum, hat ebenfalls ja 100 Euro drinstecken, nur dieses Mal in ein und zwei Euro Münzen. Das heißt, ihr könnt euch also vorstellen, dieser Geldbeutel ist sehr schwer, er ist sehr dick, das ist ziemlich schwer, das Ganze in die Hosentasche zu packen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich denn machen, um meinen Geldbeutel schlanker zu machen? Naja, ihr würdet natürlich denken, ich nehme einfach diese 50 Euro in Münzen und kann sie natürlich umtauschen in einen 50 Euro Schein. Entweder zahle ich sie in die Bank ein und gehe mir da dann eben den 50 Euro Schein oder ich finde jemanden, der mir den 50 Euro Schein eben dann wechselt oder andersrum gesagt, der mir eben meine Münzen in den 50 Euro Schein wechselt. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann weiß ich ja, mein Geldbeutel ist wieder schlanker und ich bin zufrieden damit und ich kann ihn ganz einfach in meine Hosentasche stecken. Und mit dieser Analogie möchte ich euch einfach zeigen, dass ich ja auch für mich so einen Geldbeutel organisieren kann. Und dieses Beispiel können wir jetzt aus der realen Welt auch auf unsere Bitcoin Wallets übertragen. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ihr habt einen Bitcoin Wallet, beispielsweise auf eurem Handy oder auf eurem Computer oder eben auch ein Hardware Wallet und ihr kauft nun regelmäßig Bitcoin ein. Und bei diesen Käufen wird dann ja automatisch dieser Bitcoin Betrag auf euer Bitcoin Wallet übertragen. Ein Beispiel dafür wäre, und das kennen wir wahrscheinlich auch alle, zum Beispiel der Schweizer Anbieter Pocket. Dort könnt ihr ja einen automatisierten Sparplan anlegen. Dort schickt ihr dann das Geld nämlich einfach hin. Und wenn das Geld bei denen angekommen ist, übertragen sie automatisch diesen Bitcoin Betrag beispielsweise auf eure Hardware Wallet. Und jeder Eingang auf eure Wallet, also jeder Betrag, der zum Beispiel in diesem Fall von Pocket auf euer Wallet ankommt, generiert einen sogenannten UTXO, also einen neuen Betrag. Und UTXO entsteht in diesem Fall für Unspent Transaction Output. Dieser UTXO entspricht im Grunde, wenn wir uns mal wieder das Beispiel oder die Analogie des Geldbeutels nehmen, einer Münze oder einem Geldschein, den ich in meinen Geldbeutel stecke. Der Unterschied bei Bitcoin ist aber, dass diese UTXOs, also diese Eingänge, nicht auf einen bestimmten Wert begrenzt sind. Denn wir wissen ja beim Geldbeutel, es gibt 1-Euro-Münzen, es gibt 2-Euro-Münzen, es gibt 5-Euro-Scheine, 50-Euro-Scheine. Also es gibt immer nur einen bestimmten Wert, den ich da als Geldwert eben von der Bank bekommen habe, zum Beispiel, oder von meinem Arbeitgeber. Aber bei Bitcoin sind diese Beträge unterschiedlich. Diese UTXOs können nämlich unterschiedliche Größen haben, zum Beispiel 5 Bitcoin, 0,1 Bitcoin, aber auch 0,0001 Bitcoin. Also genau die Größe, die ich mit dieser Transaktion beispielsweise in diesem Fall von Pocket erhalten habe. und es ist eben genau die Höhe dieser Transaktion, die eingegangen ist. Und nun kann man auch sagen, dass euer Wallet eigentlich nur daraus besteht, aus einer Vielzahl von diesen verschiedenen Transaktionen, also dieser unterschiedlich großen UTXOs, die dann bei euch eingegangen sind. Entweder eben von einer Bitcoin-Börse, wie jetzt Pocket, oder einer anderen Börse, sagen wir jetzt einfach mal Coinbase, oder Bitpanda, wo ihr dann wiederum die Transaktion direkt an euer Wallet geschickt habt. Oder aber auch natürlich, wenn ihr eine Transaktion von einem Freund bekommen habt. Alles das sind Eingänge auf eurem Wallet. Also im Umkehrschluss, das sind alles diese Münzen und Scheine, die auf eurem Wallet eben dann angezeigt werden. Und jetzt kommt noch ein ganz interessanter Punkt aus meiner Sicht. Das heißt, eure Wallet macht nichts anderes, als diese einzelnen Transaktionen, die ihr bekommen habt. Schaut danach, und addiert die dann auf, und zeigt euch dann den Gesamtbetrag an. Wenn ihr zum Beispiel euer Wallet aufmacht, steht da eben dann 0,1, aber ihr könntet theoretisch 10 verschiedene Eingänge haben, die sich dann eben auf diesen 0,1 Bitcoin-Betrag addieren. Vergleichbar ist das Ganze, wenn ihr zum Beispiel euren Geldbeutel nehmen würdet, den ganzen Inhalt auf den Tisch legen würdet, und dann eben eure Münzen und Geldscheine durchzählt, und dann zum Beispiel sagen könnt, okay, ich habe jetzt in meinem Geldbeutel 48,76 Euro, zum Beispiel. Die ergeben sich ja aus diesen einzelnen Einheiten, und das Gleiche passiert eben beim Bitcoin-Wallet genauso. Und nun wissen wir zwar, dass es bei Bitcoin eben diese vielen UTX ausgeben kann, aber jetzt natürlich die Frage, worin besteht jetzt das Problem? Das Problem entsteht nämlich dann, wenn ihr eine Transaktion verschicken möchtet. Stellen wir uns einfach mal vor, wir haben jetzt ein Wallet, und das hat insgesamt einen Bitcoin als Inhalt oder als Betrag. Und diese Bitcoin besteht wiederum aus 10 mal 0,1 Bitcoin. Das heißt, wir haben 10 unterschiedliche Eingänge, a 0,1 Bitcoin. Und wenn ich nun einen Betrag zum Beispiel in Höhe von 0,7 Bitcoin versenden möchte, dann kann nämlich die Wallet nicht sagen, okay, ich versende jetzt einfach diese 0,7 Bitcoin als Klumpen, sage ich jetzt einfach mal so, sondern die Wallet muss eben dann 7 UTXOs, also 7 dieser Eingänge nehmen, a diesen 0,1 Bitcoin, und bündelt diese dann zusammen und verschickt sie dann. Das wäre ungefähr so, wie wenn ihr 10 1-Euro-Münzen eurem Geldbeutel hättet, und ihr müsstet jetzt 7 Euro bezahlen. Ihr könnt ja auch nicht einfach in einem Klumpen oder einem Stück 7 Euro bezahlen, sondern ihr müsstet jetzt 7 mal 1-Euro-Münzen rausnehmen und damit dann eben zahlen. Und das Gleiche passiert eben bei Bitcoin ebenfalls in der Wallet mit diesem UTXOs. Das große Problem dabei ist jetzt, und das ist jetzt nämlich die Krux an dem Ganzen, dass die Transaktionsgebühren bei einer solchen Transaktion, mit diesem Fall eben 7 UTXOs, wesentlich höher ist, da die Wallet selbst 7 verschiedene Eingänge zusammensuchen muss, sage ich jetzt mal so einfach. Und das ist natürlich etwas aufwendiger. Ich möchte hier jetzt nicht wirklich weiter ins Detail gehen, weshalb ich auch hier nochmal auf unsere Podcast-Episode hinweisen möchte. In der haben wir wirklich ganz genau geschaut, wie diese Transaktionsgebühren entstehen. Und vor allem hat Manuel auch mal ein wunderbares Beispiel aufgebracht, wie denn diese Transaktionsgebühren ja berechnet werden können, und vor allem auch, wieso diese Transaktionsgebühren dann ziemlich hoch werden können, wenn ihr eben viele dieser Eingänge bündeln müsst zu einer Transaktion. Zusammengefasst würde ich für dieses Video jetzt einfach mal sagen, dass das Problem darin besteht, dass wenn ihr sehr viele dieser kleinen Eingänge habt, also dieser UTXOs, und das hat man ja meistens bei einem Sparplan, weil man kauft ja jetzt nicht für 500 Euro oder für 1000 Euro, sondern die meisten kaufen vielleicht für 50 Euro oder auch für 25 Euro mal Bitcoin, dann hat man sehr viele kleine Eingänge. Wenn man dann in Zukunft eben sagt, ich möchte aus diesen vielen kleinen Eingängen eine größere Transaktion verschicken oder bauen, dann habe ich das Problem, dass meine Wallet ja sehr, sehr viele kleine Eingänge zusammenbündeln muss, und für jeden Anteil dieses Bündels muss ich einen gewissen Betrag an Transaktionsgebühren bezahlen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, umso mehr Transaktionen in diesem Bündel drinstecken, also wie umso mehr ich kleine Münzen zum Bezahlen nehmen muss, desto teurer wird das Ganze für mich, und genau das will ich ja verhindern. Jetzt haben wir ja gesehen, das Ganze möchten wir verhindern, aber wie mache ich das Ganze nun? Wir haben ja bei unserem Beispiel des vollen Geldbeutels gesehen, dass wir unsere einzelnen Münzen ja einfach gegen Geldscheine umtauschen können. Das heißt, da wird ja dann der Betrag nicht geändert, sondern einfach die Form des Betrages wird umgewandelt in Scheine. Und dadurch ist dieser Geldbeutel wieder leichter und wir können ihn einfacher transportieren und wir können natürlich auch einfacher Transaktions durchführen. Das heißt, ihr könnt euch das im Kopf behalten, dieses Geldbeutel-Beispiel ist da sehr, sehr gut, um das zu beschreiben, warum ich das machen möchte. Etwas Ähnliches kann ich jetzt auch bei Bitcoin machen, denn ich kann diese einzelnen UTXOs, also diese kleinen Eingänge, so gesehen miteinander verschmelzen zu einem großen UTXO. Also wie gesagt, wie wenn ich eine Münze nehme und daraus einen größeren Geldschein baue. Wie ich gerade eben schon erwähnt hatte, sucht sich so eine Wallet automatisch bei so einer Transaktion immer die passenden UTXOs zusammen. Das heißt, sie sucht sich diese UTXOs so aus, dass der passende Betrag zusammenkommt und verschickt das Ganze dann. Und dabei müsst ihr euch um nichts kümmern, weil das passiert alles automatisch im Hintergrund. Und bei diesem Versand an eine neue Adresse werden ganz einfach ausgedrückt diese einzelnen UTXOs zu einer neuen UTXO verschmolzen und kommen dann in der Wallet des Empfängers eben wieder als eine große UTXOs zusammen. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel, ich glaube, dann wird es sehr verständlich. Wir haben jetzt wieder das Beispiel mit den 10 UTXOs a 0,1 Bitcoin. Ich sende nun an Manuel aus meiner Wallet eben 0,7 Bitcoin. Und das heißt ja, die Wallet nimmt nun 7 meiner UTXOs a 0,1 Bitcoin und sendet diese an Manuel. Und dafür zahle ich etwas höhere Gebühren, denn meine Transaktion besteht eben nun aus diesen 7 mal 0,1 Bitcoin. Und bei dieser Transaktion von mir an Manuel werden diese einzelnen UTXOs zu einer verschmolzen, sodass bei Manuel nicht 7 mal 0,1 Bitcoin ankommt, sondern eben 0,7 Bitcoin. Als eine großes Paket sende ich jetzt einfach mal das Ganze. Und dann befindet sich eben bei Manuel nicht 7 UTXOs, nur noch einer. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Das wäre ungefähr vergleichbar mit dem, dass wenn ich Manuel 10 1-Euro-Münzen geben würde und irgendwie magisch auf dem Weg zu ihm, wenn ich es ihm in die Hand lege, wird aus diesen 10 Münzen plötzlich ein 10-Euro-Schein. Dann wäre das Ganze verschmolzen. Und dadurch, dass es in der Realität nicht funktionieren kann, aber Bitcoin digital ist, kann das eben bei Bitcoin klappen. Und so läuft das Ganze eben auch ab. Und dadurch können wir eben aus diesen vielen kleinen Eingängen eben dann bei Manuels Seite nur noch einen großen Eingang bauen. Dadurch hat Manuel natürlich den Vorteil, dass er nicht mehr viele kleine UTXO besitzt und dadurch eben bei der nächsten Transaktion nicht mehr so hohe Gebühren zahlen muss, weil er nur noch eine Transaktion hat mit einem UTXO und nicht mehr mit sieben, so wie ich das getätigt habe. Nun könnte man sich ja fragen, was es denn mir persönlich bringt, da ich ja eigentlich zukünftig weniger Gebühren zahlen sollte und nicht Manuel. Und bei Bitcoin gibt es nämlich die Möglichkeit, sich einfach so eine Transaktion an eine Empfangsadresse zu schicken, die aus der eigenen Wallet kommt. Das heißt, ich schicke mir selbst diese Bitcoin beziehungsweise Anteile wieder an mich selbst zurück. Und im Umkehrschluss bedeutet es bei uns zum Beispiel, ich sende mir nun einfach diese 0,7 Bitcoin, bestehend aus diesen sieben UTXOs, an eine Empfangsadresse der gleichen Wallet. Und dadurch verschmelzen sich diese UTXOs, genauso wie bei Manuel. Und ich habe dann wiederum auf meiner Wallet nicht sieben UTXOs, sondern nur noch eine. Und dadurch erhalte eben ich den Vorteil, dass ich in Zukunft weniger Gebühren zahlen muss. Und diesen Vorgang nennt man auch Konsolidierung. Davon habt ihr vielleicht auch schon mal gelesen, oder das liest man häufig an diesem Zusammenhang. Das bedeutet eben, dass ich aus mehreren kleinen Anteilen eben einen großen Anteil in diesem Fall UTXOs mache und da mir in Zukunft eben Probleme beziehungsweise eben die Gebühren erspare. Jetzt haben wir noch einen Fakt, der natürlich dann auch noch aufkommt, dass ich ja für diese Konsolidierung, also diese Transaktion mit diesen vielen kleineren UTXOs ja auch an mich selbst immer noch Transaktionsgebühren zahlen muss. Und die Idee dahinter ist ganz einfach, ich möchte diese Konsolidierung, also diese Transaktion heute schon durchführen, wenn die Transaktionsgebühren hoffentlich geringer sind, sodass ich dann in Zukunft, wenn die Transaktionsgebühren, wenn ich davon ausgehe, dass die Transaktionsgebühren in Zukunft weiter ansteigen, dass ich dann wahrscheinlich weniger Transaktionsgebühren zahlen muss. Das heißt, ich gehe quasi jetzt in Vorleistung, um später weniger zahlen zu müssen. Da ist das Ganze nämlich empfehlenswert, diese Konsolidierung zu tätigen, wenn die Transaktionsgebühren wirklich sehr gering sind. Und die Höhe der Transaktionsgebühren könnt ihr beispielsweise auf verschiedenen Webseiten vorher einsehen. Ich habe euch da unten ein bisschen was verlinkt. Hier zum Beispiel gibt es auch einen Rechner, bei dem ihr dann eintragen könnt, wie viele Eingänge ihr habt, also wie viele UTXOs ihr auf der einen Seite habt und wie viele Ausgänge auf der anderen Seite. Da könnt ihr dann sehen, wie hoch die erwarteten Gebühren sind. Gebühren werden natürlich euch nochmal in der Wallet selbst auch noch angezeigt, wobei da könnt ihr jetzt nicht vorher gucken, dann wie hoch gerade die Gebühren sind, sondern da müsstet ihr erstmal die Transaktionen soweit ausführen wollen, bis dann eben die Transaktionsgebühren dran stehen. Deswegen ist es sehr sinnvoll, solche Webseiten zu nutzen, um vorher einfach mal das Ganze im Blick zu behalten, wie hoch denn die Gebühren allgemein gerade sind und ob es jetzt gerade zum Beispiel ein guter Zeitpunkt wäre, so eine Konsolidierung durchzuführen. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, wenn ihr also viele Eingänge in eure Wallet habt, beispielsweise bei einem regelmäßigen Sparplan, häuft ihr mit der Zeit sehr viele kleine Eingänge, also viele kleine UTXOs an. Und wenn ihr dann später dann diese versenden möchtet, sind diese Transaktionen, weil sie eben viele kleine UTXOs beinhalten, von den Transaktionsgebühren her sehr teuer. Daher ist es sinnvoll, regelmäßig, also in gewissen Abständen, so eine Konsolidierung durchzuführen, also diese Verschmelzung dieser UTXOs, um dann eben größere UTXOs zu behalten, um am Ende dann vielleicht in Zukunft, wenn die Transaktionsgebühren angestiegen sind, eben weniger Gebühren zu zahlen. Und das Ganze ist natürlich dann in diesem Zeitraum interessant, wenn die Transaktionsgebühren im Bitcoin-Netzwerk sowieso schon sehr gering sind, dann könnt ihr diese Konsolidierung natürlich wunderbar durchführen. Nehmen wir einfach mal an, wir haben auf unserer Wallet mehrere UTXOs, also mehrere Eingänge angehäuft, die etwas kleiner sind. Und diese möchten wir nun konsolidieren, also miteinander verschmelzen. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich dabei vor? Und genau das zeige ich euch nun in den nächsten Schritten. Ich hatte euch ja in einem vorherigen Video schon einmal gezeigt, wie ihr mit der Hard Wallet Bitbox 02 und der dazugehörigen Bitbox App eine Konsolidierung durchführen könnt. Und dieses Video verlinke ich euch auch nochmals unten in der Videobeschreibung, wenn ihr das mal angucken möchtet. Doch heute möchte ich euch noch mal einen weiteren Weg zeigen, den ihr für viele verschiedene Wallets nutzen könnt, nicht nur für die Bitbox selbst, nämlich die Konsolidierung mit Hilfe der sogenannten Sparrow Wallet. Die Sparrow Wallet ist eine Desktop Wallet für euren Computer, mit der ihr selbst eine neue Wallet erstellen könnt natürlich. Also das heißt, ihr könnt die Wallet selbst auch als Wallet nutzen, aber ihr könnt auch andere Wallets importieren und diese damit verwalten. Das heißt, das Ganze ist auch eine Art Verwaltungsprogramm für verschiedene Wallet-Arten. Und in meinem Fall nutze ich auch mal wieder eine Bitbox 02 und auf diese habe ich mal drei kleine Transaktionen durchgeführt. Das heißt, auf dieser Bitbox liegen nun drei UTXOs, die ich versetten könnte. Und genau diese möchte ich jetzt mal konsolidieren. Zunächst müssen wir hierfür natürlich die Sparrow Wallet herunterladen und installieren. Die Software selbst ist derzeit für Mac, Windows und Linux erhältlich und ich verlinke euch unten nochmal die dazugehörigen Seiten. In meinem Fall verwende ich einen Mac, aber die Vorgehensweise ist bei anderen Betriebssystemen identisch. Und wenn ich dann zum ersten Mal die Wallet öffne, dann ist das der Startbildschirm, den ich immer wieder sehe. Und dann klicke ich einfach oben links in der Leiste auf File, New Wallet und kann dem Ganzen jetzt einen Namen geben. Ich gebe in meinem Fall einfach mal ein Konsolidierung und klicke auf Create Wallet. Das ist jetzt die Übersicht. Ich habe hier oben, seht ihr, in der Leiste das Wallet Konsolidierung, das ist geöffnet. Und jetzt habe ich hier die Übersicht. Vielleicht kennt ihr das Ganze von unserem Multisig Wallet Tutorial noch. Das habe ich euch auch nochmal unten verlinkt. Da haben wir auch Sparrow Wallet verwendet. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, eben einerseits entweder hier ein neues Wallet hinzuzufügen. Ich kann hier ein neues Wallet auch erstellen. Wenn ich hier draufklicke, kann ich theoretisch hier auch einfach ein neues Wallet komplett erstellen. Das möchte ich natürlich in diesem Fall nicht machen, sondern ich möchte eben ein Hard Wallet hinzufügen, in diesem Fall meine Bitbox 02. Ich habe schon meine Bitbox einfach mal angeschlossen schon, habe das Passwort eingegeben, das heißt, sie ist jetzt entsperrt. Ihr müsst dafür nicht die Bitbox-App selbst nochmal öffnen auf dem Computer, sondern ihr braucht in diesem Fall nur die Sparrow Wallet. Denn wenn ihr die Bitbox-App auf eurem Computer nebenher auch noch offen habt, kann es zu Komplikationen kommen. Das heißt, die könnt ihr zumachen. Ihr schließt einfach eure Bitbox an, gebt das Passwort ein und dann ist sie entsperrt. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr aber auch mit anderen Hard Wallets tun. Ledger, Trezor, aber auch zum Beispiel, wenn ihr eine andere Software-Wallet habt, müsst ihr diese Ganze nur hier importieren. Vielleicht mache ich auch nochmal, wenn ihr möchtet, ein komplettes Video über die Sparrow Wallet selbst. Denn die Sparrow Wallet selbst hat wirklich sehr, sehr viele Funktionen und da könnt ihr wirklich einiges machen. Also lasst mir gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr denn über die Sparrow Wallet mehr erfahren möchtet. Aber in diesem Fall möchte ich jetzt einfach nur meine Bitbox 02 hinzufügen und dafür klicke ich hier einfach auf Connected Hardware Wallet und jetzt klicke ich auf Scan. Jetzt wird mir direkt meine Bitbox angezeigt und ich kann hier auf Import Keystore klicken, um das Ganze hinzuzufügen. Und nun wird direkt die Bitbox angezeigt. Es wird hier nochmal angezeigt, dass es meine Bitbox ist. Ich habe hier das Label und nun kann ich hier unten rechts auf Apply klicken und kann jetzt theoretisch noch ein Passwort für dieses Wallet ergeben. Also nicht für die Bitbox selbst, sondern einfach nur für das Software Wallet in Sparrow selbst. Zum Beispiel, dass ich eben den Zugriff darauf schützen kann, wenn zum Beispiel jemand irgendwie an meinen Computer rankommt. Und hier könnt ihr einfach jetzt ein Passwort eingeben, aber ich lasse das Ganze einfach mal weg, indem ich auf No Password klicke. Und schon ist das Ganze erledigt. Und wenn ich jetzt hier nämlich links auf Transaktionen klicke, sehen wir, dass ich hier drei verschiedene Eingänge habe mit einem kleinen Betrag. Ich glaube, das waren damals ungefähr 10 Euro jeweils. Und das sind jetzt unsere drei UTXOs, die wir zusammenfügen möchten. Und im nächsten Schritt zeige ich euch nun, wie wir diese drei konsolidieren können, also zu einer UTXO verschmelzen können. Ich gehe jetzt also in diese Übersicht der Transaktion. Da haben wir nochmal diese drei Transaktionen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel zehn verschiedene Eingänge von Pocket habt, weil ihr mal gekauft habt, würden jetzt hier auch zehn verschiedene UTXOs aufgezeichnet werden. Könnten aber auch 100 Stück sein, könnten 50 Stück sein. Bei mir sind es eben diese drei, weil ich eben nur in diesem Fall drei Eingänge habe. Und das Problem dabei ist jetzt bei anderen Wallets, dass diese, wie gesagt, ja diese UTXOs bei dem Versand einer Transaktion automatisch aussuchen und das Ganze eben so zusammenbauen, dass ihr so wenig Transaktionsgebühren wie möglich bezahlt. Aber genau das wollen wir ja nicht haben, sondern wir wollen jetzt auch, dass wir diese UTXOs einzeln aussuchen können, um zu sagen, okay, wir möchten diese Transaktion jetzt genau diese UTXOs drin haben. Und genau das kann nämlich die Sparrow Wallet. Und dafür klicken wir jetzt einfach unten hier auf UTXO, hier links unten in der Spalte. Und hier sehen wir unsere drei UTXO nochmal. Und hier habe ich den Vorteil, dass ich diese nun anklicken kann und auch auswählen kann. Das heißt, ich kann diese einzeln anklicken jeweils, aber ich kann auch mit der Shift-Taste, wenn ich die gedrückt halte, eben mehrere gleichzeitig markieren. Und das möchte ich in diesem Fall ja machen, weil ich alle drei nehmen möchte. Und hier unten rechts seht ihr, dass automatisch die Sparrow Wallet angegeben hat, ich möchte jetzt diese ausgewählten Beträge verschicken. Und das hat direkt schon zusammengezählt, dass es hier eben 0,0005 Bitcoin sind. Und genau die möchte ich jetzt ja versenden. Und dann klicke ich einfach hier drauf. Und hier bin ich jetzt nur auf der Seite, wo ich angeben muss, wohin ich das Ganze senden möchte. Und hier würde ich natürlich normalerweise die Empfangsadresse des Empfängers angeben, beispielsweise die von Manuel. Aber ich möchte ja in diesem Fall diese Bitcoin, also diese Transaktion an mich selbst wieder zurückschicken. Und da hat die Sparrow Wallet ein wunderbares Feature, eine wunderbare Funktion eingebaut, dass wenn ihr hier bei Pay2, hier würde die Adresse reinkommen, könnt ihr hinten einfach auf den Pfeil klicken und dann zeigt er mir automatisch mein Wallet an, in diesem Fall die Konsolidierungswallet, die ich hier erstellt hatte, und schreibt in Klammer hinter sogar Consolidation. Also die Sparrow Wallet erkennt dann, dass ich gerne so eine Konsolidierung durchführen möchte. Und er gibt mir dann bereits schon den Vorschlag, eine Empfangsadresse von meiner bestehenden Wallet zu generieren und diese dort einzutragen. Das heißt, ich klicke hier drauf und diese Wallet-Adresse, diese Empfangsadresse, gehört jetzt nun zu meinem Wallet. Nun gebe ich hier noch ein Label ein, zum Beispiel sage ich hier Konsolidierung 1 und dann ist hier unten direkt der Betrag, den ich konsolidieren möchte. Das ist der Gesamtbetrag, bestehend aus diesen drei UTXOs, die hier auch nochmal angezeigt werden, dass es maximal diese drei UTXOs sind, die ausgewählt sind. Und nun kann ich auch bei Sparrow, und das ist sehr, sehr cool gemacht, hier nochmal die Gebühren einstellen. Hier haben wir einen Schieberegler, den wir bewegen können. Da bewege ich dadurch eben die Gebührenrate. Wir sehen hier unten die Rate. Das wären hier zum Beispiel in diesem Fall 9,39 Sets per V-Byte. Diese Transaktionsgebühren haben wir auch nochmal in unserer Folge zum UTXO-Management und der Konsolidierung genauer erklärt und angeschaut. Die kann ich euch da auch nochmal empfehlen. Ich kann aber hier jetzt einfach den Regler bewegen, in welche Richtung es gehen soll. Und wir sehen hier auch hier unten nochmal Low Priority, also eine geringere Priorität. Und wenn ich das Ganze nach rechts schiebe und die Gebühren erhöhe, zum Beispiel, seht ihr hier auf 10 zum Beispiel, dann wird das Ganze eine höhere Priorität haben. Das heißt, sie wird auch schneller bestätigt werden. Das kann den Regler hier also wunderbar verschieben. Und es macht das Ganze mal auf Low Priority und seht dann auch noch die Gebühren, die ich zahlen muss, in diesem Fall 62 Cent. Und hier unten sehen wir nochmal eine Visualisierung unserer Transaktion. Und das finde ich bei der Sparrowall wunderbar gemacht, dass wir nun hier sehen, dass wir diese drei UTXOs haben. Das sind hier links. Die gehen in unsere Transaktion rein. Und in diesem Fall werden sie jetzt, wie gesagt, verschmolzen. Und am Ende kommt genau bei der anderen Seite, also auf meiner anderen Empfangsadresse, dann eben nur noch ein UTXO, also ein großes von diesen dreien, zusammen bei mir an. Und auf der anderen Seite natürlich noch die Gebühren, die ich zahlen muss. Aber hier erkennt man wunderbar, dass es eben zu diesem Verschmelzungsprozess während der Transaktion kommt. Ich kann hier auch auf der linken Seite diese einzelnen UTXO mit dem Klick auf das X auch nochmal rauslöschen, wenn ich möchte. Aber in meinem Fall möchte ich ja alle drei drin behalten. Und für mich passt das Ganze so. Das heißt, ich kann hier unten einfach auf Create Transaction klicken, erhalte dann nochmal so eine Übersicht, die ich euch gerade gezeigt habe, und kann das Ganze eben hier kontrollieren und sagen, okay, das passt für mich. Und als nächstes muss ich jetzt diese Transaktion noch signieren. Und dafür klicke ich hier unten auf den blauen Button. Und nun muss ich eben mit meiner Bitbox das Ganze signieren. Und dafür klicke ich hier unten rechts auf Sein. Und dann wird mir meine Bitbox 02 schon angezeigt. Die wähle ich aus und klicke auch wieder auf den blauen Button Sein hier. Und jetzt wird mir auf der Bitbox selbst nochmal die einzelnen Details der Transaktion angezeigt. Ihr kennt das ja wahrscheinlich alle schon, deshalb zeige ich es euch nicht nochmal. Dort werden nämlich dann euch nochmal die Details angezeigt, also der Betrag und die Empfangsadresse. Und die Empfangsadresse muss ich natürlich bestätigen beziehungsweise überprüfen, dass diese auch übereinstimmen mit dem, was in meiner Bitcoin Wallet beziehungsweise Spare Wallet hier angezeigt wird. Dann bestelle ich das Ganze und sende das Ganze ab. Und die Transaktion habe ich auf der Bitbox bestätigt. Und das Ganze wird signiert. Und die Spare Wallet zeigt mir an, dass ich das Ganze nun an das Netzwerk kommunizieren kann und herausschicken kann. Das heißt, ich klicke hier unten auf Broadcast Transaction und das Ganze wurde verschickt. Wenn ich nun wieder zurück in meine Wallet springe und mir wieder diese einzelne Transaktion anzeigen lasse, sehen wir weiterhin natürlich die ursprünglichen drei Transaktionen, die ich bekommen habe und darüber eine unbestätigte Transaktion, weil das Ganze natürlich noch dauert mit der Konsolidierung ein wenig. Und wenn ich hier auf den Pfeil klicke und kann das aufklappen, dann sehen wir, welche Transaktion wir gerade durchgeführt haben. Wir haben auf der einen Seite als Input, also als Eingang unserer Transaktion die drei verschiedenen einzelnen Transaktionen, die wir gerade eben als Inhalt noch hatten. Wir sehen hier hinten diese 0,00017307. Die haben wir hier dreimal gehabt und haben auch hier nochmal die dreimal gehabt, weil die haben wir versendet. Und als Eingang, also als Empfangen, haben wir wiederum diese eine größere Transaktion, die dann eben diese drei kleineren zusammengenommen hat, also verschmolzen hat. Das heißt, wir haben jetzt genau das getätigt, was ich gerade eben erklärt hatte. Wir haben drei rausgeschickt und haben wiederum eine bekommen, weil auf dem Weg der Transaktion, ich sage jetzt einfach mal ganz magisch, verschmolzen worden sind. Und wir haben nun in unserer Wallet nur noch eine UTXO und dadurch können wir dann eben langfristig, wenn wir diese Transaktion irgendwann in Zukunft wieder versenden möchten, Transaktionsgebühren sparen, weil wir nur noch ein UTXO haben. Und ich kann euch hier nochmal empfehlen, dass ihr unsere Podcast-Folge zu dieser Konsolidierung und diesem UTXO-Management anschaut, beziehungsweise anhört. Und da haben wir nämlich nochmal ganz genau erklärt, wie ihr denn das Ganze aufbaut, wie groß denn diese einzelnen UTXOs sein sollten. Denn da gibt es noch ein paar Gefahren, gerade beim Thema Privatsphäre, worauf ihr achten solltet. Und das, wie gesagt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich kann euch nur wirklich ans Herzen legen, dass ihr euch da mal das Ganze nochmal anschaut. Jetzt habe ich euch gezeigt, welche Gefahren bei regelmäßigen Sparplänen oder Eingängen auf eurem Bitcoin-Wallet lauern, nämlich potenziell hohe Transaktionsgebühren bei zukünftigen Transaktionen. Dies können wir aber auch sehr einfach mit dieser Konsolidierung, wie wir sie gerade mit der Sparrowallet durchgeführt haben, verhindern, indem wir eben alle oder eben auch einzelne UTXOs miteinander verschmelzen. Und dies kann man dann wirklich, wie gesagt, regelmäßig durchführen. Man kann so ein bisschen im Auge behalten, wie hoch die Gebühren gerade sind. Und wenn dann gerade ein Zeitraum ist, bei dem die Gebühren niedriger sind, ist natürlich zu empfehlen, dass das Ganze man eben dann durchführt. Diese Konsolidierung funktioniert unabhängig davon, welche Wallet ihr nutzt. Also ihr könnt eine Bitbox 02 nutzen, wie ich es gerade genutzt habe. Oder ihr könntet auch einen Ledger, einen Tresor haben. Oder eben eine Software-Wallet. Oder natürlich auch eine Handy-Wallet. In der Videobeschreibung werde ich euch unten nochmal einige Links bzw. Artikel zum Thema Konsolidierung verlinken, der ihr euch noch ein bisschen näher einlesen könnt, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten lasst uns gerne in den Kommentaren hier auf YouTube wissen, ob euch dieses Konsolidierungsthema bzw. UTXO-Management schon bekannt war, ob ihr das schon selbst durchführt und natürlich auch, ob euch dieses Video weitergeholfen hat. Wir werden natürlich in Zukunft auch noch weitere Videos zu Bitcoin-Wallets oder Kaufplattformen oder anderen kleinen Themen, wie zum Beispiel dieses UTXO-Management, veröffentlichen. Und wenn ihr diese Videos und auch weitere Podcast-Folgen nicht verpassen möchtet, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Wenn euch dieses Video an sich gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen hoch gebt. Ansonsten bedanke ich mich wie immer dafür, dass ihr auch dieses Mal wieder zugeschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video oder bei unserer nächsten Podcast-Episode wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.